Auch wenn sie ihre eigene Model-Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt hat, in diesen Kreisen fühlt sich Beatrice Casseraggi immer noch pudelwohl. Die schöne Frau von Pierre Casseraggi besucht in Mailand die Fashion Week. Es ist einer der ersten öffentlichen Auftritte der italienischen Journalistin seit der Geburt von Söhnchen Francesco im Mai. Schwangerschaftspfunde sucht man bei Beatrice jedoch vergeblich. Der Gürtel ihres sonnengelben Kleids betont gekonnt ihre Mini-Taglie. Als wäre die Schwiegertochter von Prinzessin Caroline niemals schwanger gewesen. Mindestens genauso gut wie die 33-Jährige sieht die Dame neben ihr aus. Paola Masotto ist die Mutter von Beatrice und ebenfalls sehr mudeaffin. Kaum zu glauben, dass sie schon 63 Jahre alt ist. Offensichtlich gute Gene, die Paola auch an ihre Tochter weitergegeben hat. Mit diesem Duo schmeckt doch sicherlich jeder Designer gerne seine Front Row.